Hallo Leute, hier ist wieder Gartolf, willkommen zurück zu Let's Play, The Stanley Parable. Ähm, ja, wir sind in einem anderen Schritt, weil er nicht am Anfang den Text gesagt hat, den normalerweise sagen sollten, würden, tun, tun. Insofern, dass ich nicht hilfe. Oh, okay, danke. Hm. Hallo. Spare doch mal Strom. Oh, guck mal da. Ich kann hier überall Inputs machen, das gibt bestimmt irgendein Secret. Das heißt, ich werde jetzt wohl ein bisschen durchspielen müssen, bis ich alle Inputs habe. Das hatten wir ja schon mal. Oei. Wie gesagt, das ist ein anderer Plot. Das heißt, hier kommen auch neue Texte. Nope. So, sind wir wieder hier. Ich gehe wieder da runter, weil da gab es wieder eine andere Richtung zu laufen. Die Texte in jemanden kann auch schwer sein, aber das ist, dass die Geschichte nicht nur Sie, aber Sie, all diese Zeit haben. Da ist jemanden, du hast, Stanley. Da ist jemanden, du hast vergessen, Stanley. Da ist jemanden, du hast vergessen. Was? Was? Ja. 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 Also, das hier ist definitiv rot, 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 rot. Ja, ihr habt es alle gesehen. Ja, ja, das ist... Ja, ja, gehe ich doch. Du hast, Stanley. Du willst wissen, was da da ist? Du willst wissen, was da da ist? Du willst wissen, was liegt am Ende dieser Straße? Du hast gewonnen, Welt. Nicht mich zu lassen. Du siehst? Da ist nichts hier. Ich habe noch nicht fertig, zu bauen diese Seite der Gap. Weil du nie warst hier in der ersten Zeit. Böken rooms, exposed Texturen. Ist das das du wolltest? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. I'll tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead Stanley. Take it for a spin. Okay. I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Okay, so we're getting somewhere. Clearly there's something here that speaks to you. If I can be honest here, I really don't have any idea where I'm going with this. This whole third door thing was just a stab in the dark. But I guess you're into it. So let's keep this party train rowing. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Let's take a look. Let's take a look. Let's take a look. Oh no, oh. Oh, das ist so... das ist gemein! Ja, schön. Oh, das... das ist eine Bühne. Oh, das ist eine Bühne. Hey, das ist ein Spiel. Ah, das ist das mit der Bühne. Es wird nur klar, wenn du es über vier Stunden spielst. Also, warum kannst du es vier Stunden spielst, um sicher, dass es effektiv ist? Be sicher, dass die Noten auf deiner Erfahrung zu halten. Ich drehe mal kurz meinen Ton runter. Das werde ich übrigens bei euch, denke ich, auch tun. Weil ich sehe gerade die Ausschläge, das ist hart. Wir sehen uns dann in vier Stunden wieder. Na gut, geht rauf, Baby! Na gut, geht rauf, Baby! Danke, dass du spielst. Dein Input war extrem wertvoll. Oh, hey! Seitdem mein Spiel war so krass, warum können wir jemand anderes Spiel spielen? Nur um die Angst zu verhindern. Mal schauen. Was haben wir hier? Ja. Das scheint, wie es funktioniert. Lass uns einen Schuss geben. Das Spiel ist so dröscht, ganz ehrlich. Hey, Batcroft! Was ist echt besser? Ja. Was kann ich den Punkt?! Was ist das? Hier. No, hier. And then... Let's see, what does it need? Ah, yes, of course. And just to finish it all off, yes, it's complete. I made the standing. Look at it. Gaze upon my work of art and feel ashamed at your own inadequacy. Ah, but you've only seen it from the outside. You've only gotten half the experience. Please, step inside and make yourself comfortable. Isn't it grand? Isn't it perfect? It could only be better if... Wait, that's it. We must rebuild it out of diamond. Diamond everything. Yes, yes, yes. Come along, Stanley. We have to go mining. Yeah, mining! Come here. We're coming back to Let's Play Minecraft. Alter, das ist ein cooles Enter. Also, ich... Oh my, it looks like it's going to get a bit dark. Have you brought a light? Wir spielen Minecraft. Hm, ja. Äh, da ist Eisen. Ne, da sind Pilze. Ach so. Ich bin am Versuchen nach... Ah, da hinten ist Kohle, aber mein Springtasten funktioniert jetzt grad nicht. Genau wie meine Abbau-Taste. Oh, no, no, no. This is far more open-ended than I had in mind. I'm looking for something more narrow and linear. Something that makes you feel utterly irrelevant. This won't do at all. One out of five. Even the Diamonds couldn't save this one. Okay, new game. Oh, da war ein Creeper. Ne, da war ein Zombie. Okay. Na, das Spiel. Ja, das kann ich... Damit kann ich arbeiten. Damit kann ich arbeiten. Geh weg, fliege. Ja, das kann ich nicht wissen, was das Spiel ist, aber ich liebe es. Du, in eine Schraubung mit einem Schraubung, mit einem Schraubung, mit einem Schraubung zu sprechen. Oh, es ist inspiriert. Ich könnte es nicht besser machen, selbst. Was ist das Spiel überhaupt nicht so? Ich kann es nicht herausfinden. Okay, jetzt bin ich Kiritis. Wir schauen, was das ist. Okay, let's play Portal. Das geht! Let's play Portal. Portal. No, actually, you know what? I think that's plenty. I really don't care much to see you stumble through any more of these games. And I highly doubt you're any wiser for the experience. Which is why, rather than continue to waste my time, I'm just going to leave you here. You can pretend you've beaten the game if it makes it any richer for you, but as for me, I've had enough. So, why don't you get cozy in this room, and if you have any grand revolutionary ideas for the perfect video game, you can just sit there and let it ball up inside. Oops, I think I'm going to fall in here. Peter! Filinkabels. Hm. Schade, Portal sah anders dann mal aus. Hey! 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 Ich hab so ein bisschen was von Silent Hill. Keine Ahnung, wo ich bin. Die Musik ist schön. So richtig. Ja! Ja! Hat was für ein Dubstep? Hm? Hm? Oh, guck mal! Ein Licht! Halt! Mal gucken! Dinge! Hm, 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 hm. Oh! 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 Das sind Kameras, also Kamerabilder. Das ist... Das ist... Ist das Unity? Nee. Ich hab' Raum gefunden. Hm. Ich hab' Raum gefunden. Ich bin. Ja. Ich hab' Raum gefunden. Das ist, was ich an dieser Welt bedeutet. Oh, ja. Ja, ich werde zurück. Da ist kein anderer Weg. Wenn das Ende endet, nachdem es alles zu Ende kommt, dann werde ich zurück. Das Ende wird bald hier. Sehr bald. Ich kann warten. Ich denke, du bist der Teller. Du sagst, wenn es losgeht. Danke. Gut, damit würde ich sagen, mein Name ist Gotthog. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Gott ist das Spiel, du ey ich. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dahin und tschau tschau.